Hallo Kaleerkinder, willkommen zurück zu Let's Coop mit Freakgamer und mir und mir und Freakgamer. Hi. Willst du nicht wieder irgendwelche Witze machen über Ego-Shooter-Spieler? Äh, Ego-Shooter sind scheiße. Okay. So, wir spielen die dritte Alpha-Mission heute, nämlich Christo Redentor, in der es darum geht, 50 Feinde und Hunde abzuklernen und Freaky darf nur höchstens drei Zivilisten abschießen. Also, also zwei darf ich, ja? Den dritten darfst du dir auch noch erlauben. Nur übertreib es nicht. Sind die, so, wir hatten eben eine kleine Fehlaufnahme und hatten ein Problem mit Lags, ich denke mal, das wird jetzt weg sein, oder? Boah, es geht gerade. Ein bisschen habe ich so die Lags. Ich weiß, ich weiß nicht mal genau, woran das liegt eigentlich, aber... Aua, what the heck, wer trifft mich da schon wieder die ganze Zeit? Die müssen ja irgendwo... What the fuck, ich verblute. Bleib entspannt, bleib entspannt, bleib entspannt. Ich weiß gar nicht, wo die Schmiede alle stecken hier. So. Okay, ganz entspannt. So. Bleibst du einfach hier und wartest, bis die hierher kommen? Nee. Wollte gerade sagen. Wäre ein bisschen lame. Oh, leckt aber gar nicht. Oh, scheiß Zivilist, ich hätte die Beine abgeballert. Bitte nicht. So, da rechts müssen gleich die nächsten kommen. Wer von denen ist jetzt kein Zivilist? Oh, oh, die Köter kommen. Ja, Köter sind ganz böse. Ich weiß ganz genau, warum ich die nicht mag. Boah. Boah. Genick gebrochen. Haha. Okay. So. Boah. Sieh zu. Ich brech das Gedick. Guck mal. Haha. Okay, so. Achtung, Granate. Ja, ich merk das schon. Autsch. Hilfe. Bin auf dem Weg. Pass auf, wenn du reingehst. Wer ist denn da? Hier ist niemand. So. Ja, ist niemand, ne? Ist da echt? Ach, da war doch niemand. Also eben vor allem, als ich reingekommen bin, war niemand da. Stamm. Nochmal bitte, danke. Ja, F gedrückt halten, bitte. Danke. Ja, ja, ich bin gerade von der Taste runtergekommen. So, wie viel sitzt da noch? 32. Noch so. Da hinten. Aua, 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 Aua. Warte, ich komme zu dir. Kannst du zu mir kommen? Ich versuch's. Achtung, Hund. Ich kann den da- Ja, genau. Den Hund kann ich... Nein, 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 nein. Oh, freaky. Ja, diese scheiß Köter. Ich weiß ganz genau, warum ich die nicht mag. Ich hasse diese Viecher. Oh, meine Fresse. Das ist so zum Kotzen. Ah, what the fuck. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht, von wo die mich abschießen, ey. Aua, au. Wo steckst du überhaupt schon wieder, Mann? Achtung, Granate. Oh, super. Ey, diese... Das ist so kacke, Mann. Auf Veteran, mit mir, mit Lex. Ganz schlimm. Wir haben jetzt wirklich jedes Handicap, was es auch mitgeben kann. Alter, bist du das Spiel abgekackt? Ja, aber ich bin hier sicher. Komm her. Du kannst ja nicht getroffen werden. Komm jetzt. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen professioneller. Ja, ja. Nicht einfach drauf los. Also, die Musik. So über-episch. Ah, jetzt bin ich mit meinem Handy auch noch. Ah, scheiße. Alter, das war ein Zivilisten, ne? Ja. Jetzt darf ich zwei weniger treffen. Das ist voll unfair. Sonst hast du keine Sorgen, oder? Ja. Oh, Hunde kommen, Hunde kommen. Was machst du? Was? Hilf mir. Es wird alles gut. Ich komme noch mehr Hunde. Oh, tot. Ja. So. Okay, okay, okay. Komm, jetzt läuft es gerade ein bisschen besser als sonst. Da kommen aber wieder die nächsten Hunde, glaube ich, ne? Ne, ne, die kommen erst nachher. Weil es ist schon höher, höher, aber von weitem. Oh, hier, da müsstest du sein. Das ist nur der Background. Alter. Wo sitzen die? Ach, das sind Zivilisten. Jetzt hätte ich beinahe drauf. What the fuck? What the fuck? Ah, hinter mir. Ja, pass auf. Oh. Ja, ja, ich kann halt mit meinem Augen nicht bei allen sein. What the heck? Wo ist das jetzt schon wieder, Mann? Warte, warte, warte. Hier sind sie. Die Hunde. Hilfe. So. Hunde. Stirb. Rotwünsche. SPG. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, schnell. Ab. So, okay, 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 okay. What the fuck? Ich hasse diese scheiß Dreckstücher, Mann. Die Hälfte erst. Erst die Hälfte, ja. Oh, diese Schrotflinte, ich liebe sie. Da ist ein Herzschlag-Sensor dran. Oh, what the fuck, what the fuck. Was hab ich da eigentlich nur für Waffen? Ich hab jetzt nur... Ah, das ist meine Schrot, ne? What the fuck? Ich verblute, ich verblute, ich verblute, ich verblute. Komm hier rein, komm hier rein. Komm her, reiß du mir. Wo rein? Hier, ich bin auf dem Weg. So, okay, danke. What the... Was soll denn das? Hier steht direkt irgendwo einer. Ich muss erst mal hier rein. Ich muss mich erst mal finden, ey. Alter. Hunde. Oh, Mann. Was ballerst du denn das Scheißwasser? Wenn ich das sehe. Warum versteckst du dich denn da auf? Wo? Weil ich halt eine Kürze abgeschossen habe, du. Hilfe, hilf mir, hilf mir doch mal, bitte. So, okay. Komm schon wieder welche. Ja, schau, du bist ja okay. Ja, ich hab einfach die Kürze raufgeschossen, aber ich hab bloß ein Tritt zu treffen dabei. Warte. Ja, okay. Komm raus, komm raus. Okay, okay, okay. Links, links, irgendwo. Müsstest du kommen. Ja, ich halte den Ausschau. Ich halte den Ausschau. Hier, da drinne ist einer. Aber der ist jetzt nicht mehr da drinne. Ich weiß es... Warte da hinten, da hinten. Achtung, weg, 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 weg. Geh mal weg. Hab ich. Gut. Ich wollte nur sie hergehen, nicht nö. Oh, what the fuck. Ich verblute, ich verblute, ich verblute, ich verblute. Dankeschön. Verblutest du, nee, ne? Nein, ich hab den unten schon. Warte, den kralle ich mir hier. What the fuck, what the fuck. Die sind von dir hier. Ja, ganz wohl, ganz wohl. Naja, du hast noch 50 Sekunden Zeit, bleib entspannt. So. Komm, jetzt haben wir es gleich. Ich geh hier lang. Ach, und die sind da irgendwo. Einen hab ich. Zwei. Da hinten ist einer. What the fuck. Oh mein, was sagt denn das? Du kannst da hinten, du musst hier, wenn du hier drüben bist. What the fuck, was hast du gemacht, man? Ich hab nur eine Brenngranate geschmissen. Ja, okay. Voll in mein Gesicht, man. Ja, ist nicht schlimm. Da rechts um die Ecke irgendwo müsste einer sein. Komm raus, du Bastard. What the fuck. Oh, komm her. Er ist tot. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Während ich verblutet bin, hab ich ihn abgeschossen. Okay. Sehr gut. Während ich verblutet bin, das war so eine hellen Tat. Und dann bin ich noch mal den letzten umgekloppt. So muss das sein. Okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Willst du noch was sagen zu den Zuschauern? Ego-Shooter sind scheiße. Okay, also Freunde, macht's gut. Vielen Dank.